Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Erde sei den Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist. Wie in Anfang, so auch jetzt in alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Höhle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die am meisten deiner Barmherzigkeit bedürfen. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in Himmel Sorg werden. Unser tägliches Prog gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Entschuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den bösen Armen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, ihr Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. O mein Jesus, verzeih uns unseres Sündern, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die am meisten deiner Barmherzigkeit bedürfen. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Entschuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herd ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist der Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gegründet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Erde sei den Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist, wie in Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. O mein Jesus, verzeih uns von zu den Sündern, bewahr uns von den Feuer der Hölle, für die Allerseelen in den Himmel, besonders jene, die am meisten der Barmherzigkeit betürfen, Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt seinen Geist über die Erde, lass den Heiligen Geist wohnen, in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen, vor Verfall, Unheil und Krieg, möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein, Amen. Brot vom Himmel hast du ihn gegeben, dass alle Wohnen in sich wird. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sanktament des Altares, fasst uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verhehren, dass uns die Bruch der Erlösung zutreien wird, denn du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 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 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der unser Leben nährt, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Geschätzte Gläubige, seid willkommen geheißen zu unserer Vorabendmesse am 18. Sonntag im Jahreskreis. Drei Ferienwochen haben die Kinder jetzt schon hinter sich. Schöne Tage. Wir schauen noch einmal zurück. Letzten Sonntag haben wir unsere Jakobusfahne, ein Patroziniumsfest, geweiht. Und wir dürften uns freuen, dass damals am Sonntag endlich wieder mal ein Festzug in unserem Dorf war. Mit den Vereinen, die gespendet haben. Mit der Musikkapelle ein wirkliches Aufleben. Jetzt sind wir da, um Danke zu sagen, was in dieser Woche Gutes geschehen ist. Waren viele Heilige, deren Gedenktag wir gefeiert haben. Die heilige Martha, die so geschäftige für den Herrn Daseiende. Heute der heilige Ignatius von Loyola, der in seinem Jahrhundert eine große Erweckung hervorbrachte, die bis heute wirksam ist. Und andere mehr. Letztlich geht es darum, ob wir diese Tage ein Stück weit heiliger geworden sind. Ein Stück weit mehr Heil in diese Welt bringen konnten. Wo uns das gelungen ist, dürfen wir danken. Wo wir es außer Acht gelassen haben in unserem Verhalten, wollen wir Gott um Erbarmen bitten. Herr Jesus, du bist das Brot des Lebens. Du stillst unsere Sehnsucht nach Liebe. Du gibst uns das Leben in Fülle. Wir rufen dein Erbarmen an. Christus, du bist das Brot des Lebens. Christus, erbarme dich uns. Herr, erbarme dich uns. Herr, erbarme dich uns. Der allmächtige Gott, erbarme dich uns. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. So lasst uns Gottlob preisen. Er sei Gott in der Höhe, er sei Gott in der Höhe. Gott in der Höhe, erbarme dich uns. Gott, himmlischer Vater, stehe deinen Dienerinnen und Dienern bei und erweise alle, die zu dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen und erhalte, was du erneuert hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören heute auf dem Zug des Gottesfolges ins gelobte Land, dass sie, obwohl sie schon so viele Rettungserfahrungen erleben durften, wieder zu murren beginnen. Lesung aus dem Buch Exodus In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben. Am Morgen werdet ihr satt werden von Brot, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Dann sagte Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Wort des lebendigen Gottes. Dankeschön. 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 ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Der Apostel Paulus ermutigt uns, das neue Leben in Christus zu leben. ZANG EN MUZIEK 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 Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, das sie an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen. Ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baden sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, 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 Alleluia. Gelobt, sehr Jesus Christus. Liebe Gläubige, wart ihr schon gespannt, welches Wort Gottes uns für diese jetzt kommende Woche gereicht wird. Es ist ein Bogen, der sich über die letzten Sonntage zieht. Erinnert euch kurz, da war ja dieses Hinterherlaufen der Leute, als die Jünger ein bisschen ausruhen wollten. Wir haben uns bemüht, vor zwei Wochen in der Kirche Ruhe zu finden, beim Gebet, bei den Sakramenten. Aber auch daran zu denken, dass wir den anderen Menschen die guten Worte weitergeben, die von Jesus kommen. Denn er sah die vielen Hungrigen und er begann sofort, sie zu lehren, Hoffnung zu machen über diesen Gott, den sie suchten. und dann hat er letzte Woche noch das Zeichen dazu gegeben, dass er die Macht hat, alles hat zu machen. Herr Dr. Eder hat uns ja verkündet, diese Botschaft der Speisung der 5000, dass wir lernen, zu empfangen von Gott, dass Jesus uns reicht von ihm und aber dann auch auszuteilen, dieses Gute, dieses liebevoll sich zuwenden, an den Nächsten auszuteilen. Wir wollten uns diese Woche satt essen, immer wieder sättigen an dem, was wir von Jesus her bekommen. Sein Wort, sein Sakrament, Gebet. Und wir wollten die anderen satt machen, weitergeben, austeilen von dieser Liebe, die uns erfüllt. Und da stehen wir jetzt, wo Jesus in der Brotrede, die uns die nächsten paar Sonntage begleiten wird, erklärt, wie das jetzt geht, wovon wir denn satt werden, wenn wir bei ihm sind. Ganz interessant ist der Anfang. Da ist ein Stück ausgelassen. Nach der Speisung der 5000 hat Jesus nämlich die Jünger über den See vorausgeschickt. Sie waren ja in der unwirtlichen Gegend. Und er selber hat frühmorgens der letzten Nachtwache ein Zeichen gesetzt. Er ging über den See zu ihnen hin in den Sturm, den sie erlebten, in dessen Widerstand. Sie kamen nicht vorwärts im Boot und zeigt ihnen auf diese Weise eine sogenannte Theophanie-Erfahrung. Das Zeigen der Macht Gottes, dass Jesus eben wirklich Gott mit uns ist. Und Herr ist über alle Elemente, auch über alle Stürme. Und darum hat es heute geheißen, die Leute, wie sie wieder hinkommen an dieses Ufer, wo er die 5000 gespeist hat, finden niemand mehr. Aber sie hatten gewusst, dass er nicht mit abgefahren war. Darum fragen sie, wie bist du hierher gekommen? Aber das Entscheidende ist, sie suchen ihn, weil sie mehr von ihm haben wollen. Trifft auf uns zu. Wenn wir Woche für Woche hierher kommen, das ist dieser Ort, wo Jesus Christus selbst uns speist, dann hoffentlich aus dem Grund, weil wir mehr von ihm empfangen möchten. Und da mahnt uns Jesus heute, ich hoffe, ihr seid nicht hierher gekommen, nur um eure eigenen Bedürfnisse zu stillen. Denn die Leute, damals sind ihm nachgelaufen, weil sie das Wunder gesehen haben, satt geworden sind. Ohne das, was du mussten, bekommen sie zu essen. Und Jesus lehrt uns jetzt, er macht uns schon satt, aber nicht wie im Schlaraffenland. Nicht, dass wir dann hier auf der Erde nichts mehr zu tun haben. Er sagt, was er uns lehrt, ist, dass wir die Speise entdecken, die bleibt fürs ewige Leben. Und nicht diese Speise, die sowieso vergänglich ist. Und die wir wissen, dass wir sowieso nicht hier auf Erden bleiben können, sondern dass unsere Entwicklung hingeht auf ein Ziel über das irdische Leben hinaus. Das ist das Thema von heute. Der Beginn der Brotrede. Wir sollen lernen, was wirklich die Speise ist, die uns Jesus reicht und die uns dann ewiges Leben gibt. Er sagt es. Wir müssen entdecken, dass in Jesus sich Gott gezeigt hat, eben mit seiner Ewigkeit. Wer das entdeckt, der kommt auf den Boden der Ewigkeit. Ich habe es die letzten Wochen ein paar Mal erwähnt. Ich habe momentan mit sehr vielen schwerkranken, todkranken Menschen zu tun. und es ist so gut, wenn wir Ihnen dann die Worte Jesu reichen können, die eine Hoffnung sind, über den Tod hinaus. Das meint Jesus hier, wenn er sagt, den erkennen, der von Gott her sich in der Welt gezeigt hat. Jesus als den Gott mit uns erkennen und auch diesen Blick in die Ewigkeit durch ihn. Das ist das Werk Gottes, was er euch dem anvertraut, den er gesandt hat. Falls jetzt noch einige Schwierigkeiten haben, wirklich diesen Schritt zu machen, es ist übrigens der Schritt, der uns erst zu Christen macht. Solange wir nicht erkennen, dass Jesus die Menschwerdung Gottes ist, wie es der Petrus bekannt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der verheißene Gott mit uns. Solange wir das nicht erkennen, sind wir noch nicht an der Ewigkeit. Dann sind wir an einem guten Menschen, der sich sehr aufmunternd um die Leute gekümmert hat, angeblich sogar mit Wunder wirken. Aber wir sind noch nicht dort, dass Gott selbst uns den Weg aufzeigt. Das ist das Werk Gottes, den zu erkennen, den er gesandt hat. Erkennen, durchschauen, verstehen. Und das Evangelium hilft uns heute mit zwei Punkten. Als erstes fragen die Leute dann, welches Zeichen tust du? Als erstes fragen sie, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu tun? Also, sie merken schon, es geht um das, was Gott anbietet. Und da sagt er eben drauf, ja, lernst, dass ich von Gott gesandt bin. Aber dann glauben sie es noch nicht und sagen, jetzt, welches Zeichen tust du als Bestätigung, dass du wirklich von Gott gekommen bist? Wir wundern uns, aber wir haben es ja schon im Alten Testament gehört heute, jetzt haben sie gerade erlebt, dass er mit fünf Broten und zwei Fischen 15.000 Menschen speist, wenn man die zu den Männern noch die Frauen und Kinder dazu zählt. Und das ist schon wieder vergessen. Sie wollen schon wieder ein neues Zeichen. Wie oft geht es uns auch so? Wir erleben etwas, wo man schon merkt, Gott hat uns geholfen. Das war eine gute Fügung. Und im nächsten Moment schon wieder die Frage, gibt es einen Hilfter oder nicht? Welches Zeichen tust du? Und dann geben sie ihm ein Beispiel im Alten Testament, eben dieses Wunder, dass schon das alte Gottesvolk so ein Brot vom Himmel bekommen hat. Das Manna. Und dann sagt ihm Jesus drauf, Also, wenn ihr nicht verstanden habt, dass nicht der Mose das gibt, sondern dass Gott selber anbietet, und wenn ihr nicht versteht, dass das eigentliche Wunder nicht das ist, dass wir hier satt werden, sondern, dass uns Gott das reicht, was uns ewig leben lässt, dann quasi habt ihr noch nicht verstanden, was Gott anbietet. Ich habe jetzt zwei Begräbnisse gehabt, die letzten zwei Tage, und bin mit Menschen in Berührung gekommen, ältere Menschen, die allen Ernstes und aller Überzeugung, was sie ausgedrückt haben, erleben nach dem Tod. Mit dem brauchen wir uns nicht kommen. Ich habe sie nur gefragt, habt ihr nie einen Priester erlebt, habt ihr nie einen Gläubigen erlebt, da reden wir von jemand über 80, der euch Gewissheit gegeben hat, dass das stimmt, dass wir wirklich auf ein ewiges Leben zuleben, dass der Tod wirklich nur der Übergang ist, und nicht das Ende. Also, es geht um das Ewige. Und Jesus sagt jetzt, ich bin diese Speise, die euch ewig leben lässt. Schon jetzt hier bekommt ihr eine Gewissheit, dass unsere innerste Sehnsucht und unser innerster Hunger, nämlich, dass wir nicht ausgelöscht werden, dass es mit uns weitergeht, das ist ja der innerste Hunger. Je älter man wird, umso mehr merkt man, wie rasch das alles vorbeigeht und nichts ist zu halten. Schon wieder zehn Jahre und wieder zehn Jahre und da satt zu werden, wenn man weiß, wunderbare Entwicklung, wir kommen dem Ziel näher, es geht ins Glück, das Schönste kommt erst. Das ist das Sattwerden, das uns Jesus reicht mit seiner Offenbarung, seiner Botschaft. Das ist das Stillen dieses Durstes. Gibt es diese Liebe, die mich nicht fallen lässt, die mich auffängt und mir ewiges Sein gibt. Also wir merken schon, die Evangelienworte dieser Sonntage gehen jetzt über die irdische Ernte hinaus zu unserer ewigen Ernte. Was können wir uns mitnehmen? Nun dieses Wort. Lasst uns mühen, denn es braucht schon ein bisschen eine Anstrengung. Es braucht schon ein sich Freiräume schaffen, dass wir auf Jesus hören, seine Worte verstehen, Zeit mit ihm verbringen. Lasst uns mühen, dass wir uns so auf Gott ausrichten, dass wir verstehen, wer er ist. Und diese Sattwerden jetzt hier erfahren. Wir wollen uns die Woche besonders in den Blick nehmen. Amen. So bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Bonzius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, der Heiligung der Sünden, der Abstehung der Boten und das ewige Leben. Amen. In den Fürbitten wollen wir uns an Gott wenden, der uns in Jesus Christus die Fülle seines Lebens offenbart hat. Für die Menschen, die nur an das Materielle denken, dass sie ihren Blick auf mehr Leben weiten. Christus höre uns. Für alle, die nicht glauben können, dass sie das Leben Jesu betrachten und sich für seine Botschaft öffnen. Christus höre uns. Christus höre uns. Für Christen, die durch Leid ihr Glauben verloren haben, dass sie die Nähe Gottes spüren. Christus höre uns. Für die Helfer und Helferinnen in Not, dass sie nicht nur Brot reichen, dass sie nicht nur Brot reichen, sondern auch Liebe schenken. Christus höre uns. Für die Diener und Dienerinnen der Kirche, dass sie den Menschen Jesus als Brot des Lebens verkünden. Christus höre uns. Christus höre uns. Für unsere Verstorbenen, Angela Hinterreiter, Josef Wiesinger, Christian Fürst, Anna Inreiter und Maria Heider, dass sie bei dir das Leben in Fülle erfahren. Christus höre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen, Ingrid Raffelseder, für verstorbene Mutter und ganze verstorbene Verwandtschaft. Christus höre uns. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du stillst unsere Sehnsucht nach ewigem Glück und führst uns heim zum Vater im Himmel. Dir sei Lob und Dank und Ehre, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 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 Lass uns beten. 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 In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Lass uns beten. 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 Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Lass uns beten. 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 Geheimnis des Glaubens Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir Deine Auferstehung preisen wir Bis du kommst in Herrlichkeit Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung Wir verkünden den Tod Deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern Bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit So bringen wir Dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das Dir wohlgefällt und der ganzen Welt heil bringt Sieh her auf die Opfergabe, die Du selber Deiner Kirche bereitet hast und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob Deiner Herrlichkeit. Herr Gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen, wir bitten Dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Manfred, die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier mitfeiernde Gemeinde, für dein ganzes Volk, für alle Menschen, die Dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen Dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen und deren Glauben niemand weiß als Du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle Deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, den Nährvater Christi, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese, mit dem heiligen Ignatius von Loyola und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr Dich verherrlichen in Deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst Du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um unser tägliches Brot bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich, Amen, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir, wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit Deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Ich-Bezogenheiten, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet. Und schenk uns nach Deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt. Der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Und mit dem Herrn der Gäste, blicken wir einander in die Augen als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und schenk uns nach Deinem Willen Einheit und Frieden. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erwange die Konsequenzen. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Lieben. Seht den Auferstandenen, Christus, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Tag, aber sprich nur einfach, so wird meine Seele besonnen. Das ist das Brot, das euch Gott vom Himmel gibt und ewiges Leben schenkt. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Jesus, wir glauben, dass du dem Allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Wir lieben dich und unsere Seele sehnt sich nach dir. Wenn wir dich jetzt im Heiligen Sakrament nicht empfangen haben, so komme geistigerweise zu uns. Bleibe bei uns, vereinige dich mit uns, lass nicht zu, dass wir uns je von dir trennen. Amen. ZDF, 2020 Er, groß, sind in der Nacht, und vor dem Allerheiligen. Der Rundsverbotter, Gottkind des Beinemann, ganz selig verzugt, bis hierher gejagt. Der ewigliche Gott von uns in unserem Leben ein ewigem Herz und die Glämpfbiedengeben von uns in seiner Knapp, erhaltend Frau und Frau und uns aus aller Welt erlösen. Lasset uns beten. Gott, du hast Brot vom Himmel gegeben, das allen Wollgeschmack in sich enthält. Guter Gott, in den heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft. Bleib bei uns in allen Bedrohungen, versage uns nie deine Hilfe, damit wir der ewigen Erlösung würdig werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf noch kurz zu den Wochenverlautbarungen sagen. Morgen ist der Pfarrgottesdienst um 11 Uhr die Taufe von Leon Panholzer. Montag ist Pozzonkula-Aplass, diese Kapelle, wo Franziskus, der heilige Franziskus von Assisi, den Auftrag hörte, Bau meine Kirche wieder auf. Die Bedingungen für den Ablass sind bekannt. Mittwoch wird der heilige Pfarrer von Ass gefeiert und am Donnerstag gibt es die Frauenmesse. Freitag ist das Hochfest Verklärung des Herrn, Verklärung Jesu am Berg Dabor. Samstag feiern wir den heiligen Bischof Altmann von Passau. Nächsten Sonntag wieder Pfarrgottesdienst und Taufe von Larissa Schweizer. Die Christophorus-Sammlung ergab den schönen Betrag von 1785 Euro. Vergelt Gott vielmals im Namen der Miva. Vergelt Gott auch für die Spenden, die Pater Allos Urtner schon bekommen hat. Am Mittwoch war ja sein Vortragsabend köstlich zu hören, wie sehr er als Werkzeug Gottes dort auf den Philippinen auf seinen Inseln wirkt. alle Kinder mit einer Schulausbildung versehen, wie sie sonst weit und breit nicht möglich ist, für die nächsten Generationen dort mit unserem Spendegeld ermöglicht. Jetzt will er seine Kirche fertig bauen, damit die Leute auch sich zum Gottesdienst ordentlich versammeln können. Heute in einer Woche, nächsten Samstagabend und dann auch am Sonntag, wird Pater Alles Ordner hier mit uns die Sonntagsmessen feiern. Und da bitten wir noch einmal, wer nicht die Gelegenheit hatte, im Rahmen der Tafelsammlung dann an den Kirchentüren um die großzügige Unterstützung seiner Missionsprojekte. Übrigens, er ist jetzt 65, in drei Jahren will er die Kirche fertig haben und dann lässt er sich auf eine neue Insel versetzen, wo noch gar nichts ist und will noch eine Pfarre aufbauen. So werden Menschen angetrieben, die sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Wir danken ihn, dass er jetzt im Sommer in unserer Region so hilfreich da ist. Mittagstisch ist nächsten Donnerstag wieder im Gasthaus Schmalzer. Nächsten Freitag, Herz-Jesu-Freitag, August, ist der Kreuzweg von Unterweißenbach nach Kaltenberg. Wie gewohnt, um 19.30 Uhr, um 20.45 Uhr wird dann die Heilige Messe in Kaltenberg sein. Am selben Abend ist in St. Thomas der Segnungsgottesdienst mit Neupriester Pater Martin Thaler, der schon bei uns war, der Koller Schlager. Er wird dort auch wieder den Allgemeinen und Einzelprämitzsegen spenden. Und in den kommenden Wochen sind noch Messintentionen frei, auch für die nächste Woche nach dem 8. Bitten im Pfarrbüro aufschreiben zu lassen. Diese Intentionen sind sehr wertvoll, auch für die Missionsgebiete. Jetzt darf ich euch ein Danke sagen fürs Mitfeiern. Danke für den Organisten und alle, die auch den Blumenschmuck wieder so schön gemacht haben, letzte Woche schon so erstrahlt alles. Wenn wir unseren Patron gefeiert haben, darf ich euch noch aufmerksam machen. Auf den Bänken liegen jetzt auf zum Jahrespatron, dem Heiligen Josef, noch andere Gebetsfalter, wo die Josefsgebete des Papstes Franziskus drinnen sind. Bitte nehmt euch die noch als Geschenk und als kleine Anregung mit nach Hause. Das Josefsjahr geht noch bis 8. Dezember. Erbitten wir den Segen und mühen wir uns in dieser Woche wirklich Jesus als den Gesandten Gottes in unserem Herzen aufzunehmen. Gott, der Allmächtige Vater, segne euch, er bewahr euch vor Unheil und Schaden. Amen. Eröffne eure Herzen für sein göttliches Wort und bereite sie für die unvergänglichen Freuden. Er lasse euch erkennen, was zum ewigen Heile dient und führe euch auf dem Weg seiner Gebote zur Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Das gewähre euch, euren Familien, allen, die euch anvertraut sind und denen ihr begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Abend, kommt gut nach Hause, gesegneten Sonntag. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Geht hin in Frieden. Amen. Amen. Amen.